Wird euch betrügen. Ich habe das Gefühl, dieses Riesen-Krass-Alien-Weiß mehr Bescheid als alle anderen hier. Oh, leck! Ähm. Hm. Hm. Ob es da oben irgendwas gibt? Äh. Hallo? Wo ist so eine Sprungschrank? Och jo! Was war das jetzt? Ich habe irgendwie nichts gesehen, was er mir angetan hat. Kann man diese Kristall wieder zerstören? Ah. Okay. Okay. Jetzt haben wir das Rätsel so. Ja! Übertreib! 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 Maßlos! Jo! Klar! Ja! 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 Boah! Wo schickst du mich jetzt hin? Vielleicht ... Wer wird betrügen? Wer wird betrügen? Wer wird betrügen? Ah, fuck zu spät. Wer wird betrügen? Hallo? Oh. Heißt so, die letzte halbe Stunde ist das für euch nichts Verwertbares vollbracht. So. Wow, 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 wow. Machen wir langsam hier, Kollege. Was war das jetzt für'n Bug? Komm, Treff! Geht das so überhaupt? Hm. Gibt's das Besseres? Was hier vielleicht? Wahrscheinlich bringt das nicht so viel. Ah, ein bisschen schon irgendwie, also... Hm. Es sind seine ganzen Kristalle hinüber, oder nicht? Tschüss. So, wie geht er jetzt kaputt? Shit. Jetzt muss man eine einsame Ecke finden. Speichern. Ich meine, immerhin bin ich jetzt in dieses Pseudotrieb gekommen, oder was auch immer, wie ich mir das so vorzustellen habe. So sind die da hinten. Das ist so unkönig. Ja, jetzt sieht man sie. Oder auch nicht. Wo ist denn noch einer? Da. Yes. Was will er einem sagen mit euch betrügen? Ich meine, dass dieses Elend irgendwie keine perfekte Grammatik drauf hat, ist ja in Ordnung. Aber was will er denn sagen? War ich hier nicht letztens noch einer, der da rumgelegen... Ach, da war eine Stockwerk höher, ne? Oh, oh. Oh, 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 oh. Na, das ist nix gut. Shit. Woah. Tsch, 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 tsch. Mach mal langsam. So, aufladen. Laden, 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 laden. fully wohnen. Oh, was ich noch? Sicher? Ja, das muss ich noch. Ja, das ist gut. Oh, oh, oh. Was ich noch nicht anders? Ah, 100%. Da ist es doch wieder. So, mal jetzt wieder ein Speichern. Da hoch muss ich. Und wie komme ich da hoch? Für dieses überkrasse Nein, 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 nein. Spielladen. So, in welchem also so ein bisschen so muss ich da drauf gehen. So in etwa. Hoffe ich. Ja. Gut. Was hat er jetzt da schon wieder für ein Shit gemacht? Gibt es hier irgendwas noch? Diese höhere Plattform macht mich irgendwie sch... Vor allem ist die Schwerkraft schwächer noch mal geworden? Der hat aber gehilfen, sehe ich gerade. Komm schon, komm schon. Und hoch. Oh, oh, oh. Mach mal langsam jetzt. Auf der 4 war das. Oh, fuck. So, gleich wenn ich wieder drüben bin, speichere ich noch mal ab. Und dann können wir weiter probieren diesen komischen Nil... dieses Nil-Tal da. Wow. So, speichern. Niland. Niland. Hä, hat nur Niland gesehen. Hö, hö. Nein, ich komme da immer noch nicht drauf. Nein, ich komme da immer noch nicht drauf. Ue, ne. Oh, 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 oh. No, oh, oh, oh. Jetzt sterben, jetzt sterben, jetzt sterben. Wow. Oh, das habe ich gar nicht alles andere als erwartet. Oh, da muss ich so gut totgehen, oder? Fuck. Oh, da ist ja nie eine... Wieso ist er so still dahinter? Oh, da bin ich wirklich fast gestorben. Musste auch nicht sein, oder? Das kann ich manchmal aufheilen. Ah, komm! So, nochmal chillen. Boah, das wäre schon irgendwie mega krass, dass es wirklich so ein Endboss ist. Und danach eigentlich nicht mehr viel kommt, außer vielleicht einem Abspann und ja... Irgendwie so ein Happy End gedöhnt. Keine Ahnung. Ich habe Half-Life noch nie durchgehabt. Wie gesagt, bei diesem laufenden Hodensack, da hat es bei mir dann aufgehört. Vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder was weiß ich wann das war. Nein, stopp. Das kann nicht vor 8 Jahren gewesen sein. Dann Half-Life habe ich mir selbst gekauft im Laden. Und Half-Life ist, glaube ich, erst ab 16 oder 18 freigegeben. Das heißt, ich habe das Spiel maximal... Ähm... Rechen-Fail, ähm... 7 Jahre. Maximal 7 Jahre. Im schlimmsten Fall sind es nur 5. Aber 5 glaube ich nicht. Ist Half-Life ab 16 oder ab 18? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, ob wie viel das freigegeben ist. So, wir speichern jetzt noch einmal ab. Langsam kriege ich so ein Feeling, dass das langsam was werden könnte. Meiner sagt nämlich jetzt sterben. Dann habe ich so... Denke ich mir mal persönlich... Ähm... Das, 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 das... Aber... Ähm... Was wollte ich sagen? Da denke ich mir, dass... Er langsam zum Ende kommen möchte. Oh... Oh, geht er rein! Oh... Oh... Shit, shit! Äh... Das war jetzt... Spooky ein wenig. Ich bin da nämlich hoch und dann hat er mich da runter gelassen. Boah... Hüpft da rein. Das gibt nichts. Ja. Das ist tot. Ich guck jetzt... Ich probier's jetzt noch einmal so aus und dann... Je nachdem muss ich wohl einen anderen Teleporter oder so suchen, um zu diesem Nil-Tar... Nil-Tar... Ah ne, jetzt war es irgendwie korrekt. Hm. Oh, was ist da? Der hat seinen Kopf geöffnet. Muss ich da irgendwas reinschießen oder so? Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Komm, komm. Ich guck. Komm, komm ! Ich guck jetzt mal ich da hin.